Nachdem wir nun die letzten Tage Führung genommen haben, einen Tag nach Ugarit, Wiege der Menschheit, dann gestern nach Tartus, sind wir heute nach Jalal, wie heißt das? Wadiqangil. Wadiqangil. Also ich kann es nicht aussprechen. Jedenfalls ist es hier sehr schön und ihr seht, da ist sogar jemand im Wasser. Ich würde auch gerne gehen, aber ich habe keine Badesachen mitgenommen. Wir sind heute Morgen schon ziemlich früh los, um sechs aufgestanden, um acht losgefahren und jetzt kommt die Sonne auch endlich raus.